einen wunderschönen guten morgen heute ist sonntag der 30 juli 2023 bei meiner persönlichen hit parade bin ich auf platz vier angelangt opla die opla da von den beatles im jahr 2022 im november 2485 aufrufe wer sich original anschauen will das video hat den nummer 145 ich war jetzt ein paar tage in der ramsau am dachstein enztal da habe ich mir gedacht wie hätten die vier burschen aus liverpool das gespielt wenn sie da geboren im enztal geboren wurden in schmladwing oder wo auch immer ich habe das ein bisschen in steirische verwandelt seid mir nicht böse ich habe mir spaß daraus gemacht hört sich an bis zum nächsten sonntag so so Musik 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 Musik